Was geht? Wenn du Bock hast nebenberuflich etwas zu starten von zu Hause aus und noch ein bisschen Bock auf Technik hast, dann willkommen bei Print Your Cash. Wir sind Paul und Marcel und bei uns geht es darum mit 3D-Druck, einer einsteigerfreundlichen, unglaublich zukunftsträchtigen Branche mit sehr wenig Startkapital, ein Business aufzubauen, welches nachhaltig ist, damit du deiner Freiheit ein Stück näher kommst. Wir selbst kommen aus dieser ungeschönten Praxis samt ihrer geilen Möglichkeiten und genau deswegen wollen wir dich mit auf die Reise nehmen und erprobte Strategien mit an die Hand geben. Geile Tools, richtig geiler Content und alles dafür, dass du eine wahre Abkürzung hast, damit du dein Einkommen ein Stück näher kommst, was du selber generieren möchtest. Daher check unsere Seite ab und viel Spaß bei Print Your Cash, deinem neuen YouTube-Channel.